Hallo zur neuen OV-Video-Wochenschau. In unserem Landkreis produzieren Menschen relativ wenig Hausmüll pro Jahr. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist mit 138 Kilogramm deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 189 Kilogramm. Das geht aus einer neuen Erhebung der Statistikämter hervor. Und in Lohne stoppt der Landkreis einen Hausbau in der Bahnhofstraße. Die Eigentümer des Nachbargebäudes haben Einspruch gegen die Baugenehmigung erhoben. Denn durch den Neubau werde der Wert des denkmalgeschützten Gebäudes beeinträchtigt, so der Einwand. Weitere Infos zu diesen beiden Themen findet ihr am Samstag in der OV. Außerdem gibt es in der Samstagsausgabe die Sonderbeilage Unser Oldenburger Münsterland. Darin findet ihr auf 28 Seiten Ausflugstipps und jede Menge Ratgeber. Bereit für die blaue Hölle. Die Basketballer von Rasta-Vechta absolvieren am Samstag ihr zweites Playoff-Halbfinale in der zweiten Bundesliga Pro A. Der Hauptrunden-Champion tritt um 19 Uhr bei den Rockets Gotha an. Spiel 1 am Donnerstagabend war eine klare Sache für Rasta. Mit 94 zu 57 setzte sich die Mannschaft von Andreas Wagner durch und ging in der Best of Five Serie mit 1 zu 0 in Führung. Wagner warnte aber vor allzu großer Euphorie. Es steht nur 1 zu 0. Es ist noch gar nichts entschieden, sagte er nach dem Spiel. Gothas Trainer Chris Enzminger setzt derweil auf eine Wende. Am Samstag werden die Karten neu gemischt. Die Urlaubsplanung ist fast abgeschlossen. Eins fehlt noch, die UV muss noch mit. Und wie das funktioniert im Urlaub und wie das ganz bequem möglich ist, auch im Urlaub, das zeige ich euch jetzt. Wählt einfach auf www.ov-digital.de unseren Reiseservice aus, dort den Zeitraum des Urlaubs angeben und schon geht's los. Euren Zugang schalten wir sofort frei und die UV kommt mit in den Urlaub. Sowohl in Damme als auch in Vechta gibt es an diesem Wochenende einen Frühjahrsmarkt. Am Sonntag ist dann jeweils in der Innenstadt verkaufsoffen. Und am Sonntagabend könnt ihr die Lohner Kulturtage ausklingen lassen. Die Stadtkapelle Lohne lädt zu ihrem Galakonzert ein. Los geht es um 17 Uhr in der Halle Road Sound. Weitere Infos dazu gibt es am Montag in der UV und auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal und unserer Facebook-Seite. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.